Sunto ist eine finnische Firma, die seit über 25 Jahren Messinstrumente macht, ist Teil der AMA Sport Gruppe und wir machen den Vertrieb für Deutschland, Österreich, Schweiz. Also Sunto hat zwei Kategorien, es hat einmal den Outdoor-Bereich, der bei uns nicht im Sortiment ist und den Tauchinstrument-Bereich, wofür wir den Vertrieb machen. Also das Produkt, was wir auf dieser Messe vorstellen, ist die D10, das ist also der erste Tauchcomputer für Kreislaufgerätetaucher mit einem Titaniumgehäuse, Saphirglas und fängt an bei 1300 Euro. Also der Sunto wird über unsere Aqualung-Händler vertrieben, das heißt also jeder Aqualung-Händler, der bei uns auf der Webseite gelistet ist, vertreibt Sunto. Des Weiteren kann man also auf der Webseite von Sunto die Händler ersehen, die unsere Produkte vertreiben. Die ist www.sunto.com oder www.aqualung.de. 2 3 4 Untertitelung des ZDF, 2020